Ja, man hat gemeint, ich soll ein bisschen privat daherreden. Ich bin halt ein vielbeschäftigter Mensch, viel unterwegs, viel auf Reisen. Und wenn ich zurückkomme, dann bin ich natürlich froh, wieder zu Hause zu sein. Dann schalte ich halt meistens den Fernseher ein und ich habe ja Premiere World. Kommt dann, geh mal. Dann suchen wir uns das Programm aus, was wir wollen. Premiere World. Q-Personal TV. Rufen Sie jetzt an. Wo ist Ihr Telefon? 080, 55, 100. Unterlegen Sie Top-Sport-Events in der Sportsworld. Hautnah und live. Dazu noch die Faszination der Family World und der Movie World. 080, 55, 100. Premiere World. Your Personal TV. Naja, das ist nicht ganz privat, aber ich denke, ihr wolltet den echten Beckenbauer. Premiere World. 080, 55, 100. Hallo? Rufen Sie jetzt an und erleben Sie die ganze Vielfalt.